Und wieder wird in Moosburg kräftig gefeiert. In der Stadthalle hieß es Cadillac und Petticoat. Hier durfte sich im Stil der 50er Jahre ausgedrückt werden. Natürlich war auch die Nahalla mit dabei. Die stattete auf den Trams in der Mehrzweckhalle einen Besuch ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dort wurde ein eher nicht-konformistischer Fasching gefeiert. Statt Pappnasen hatten die Jecken hier schwarze Lederklamotten. Statt Pappnasen Black Knight und Crossies waren natürlich keine eigentliche Faschingspartie. So etwas wie ein Dresscode gab es nicht. Außer vielleicht bunt gefärbte Haare. Also irgendwie passt es auch zum Fasching. DJs bei der Black Knight stellten sich King's Group und Louis zur Verfügung. compañ вп und zum Ich habe mich geholfen.